Ja, wenn er dann aussieht. Achtung, U5, Sokinesberg fährt ein. Was für wieder ein Video? Was für wieder eine U-Bahn in den Niederlanden ist. Das ist eine U-Bahn von der Anderlechtung. Sieht, wie tun das jetzt aussieht? Achtung, U7. U7, nach Wünschfeld fährt ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja. Ja.